Datenschutzverordnung Datenschutz den Unternehmen wie Facebook, Google oder Microsoft nicht zulassen wollen. Wenn die über diverse Webseiten tracken und ein Profil anlegen, dann geht das um mich. Am Anfang mussten wir erstmal klären, was wollen wir überhaupt machen bei dieser Datenschutzreform. Können wir das überhaupt? Schaffen wir das? Ein zu extremer Datenschutz kann dazu führen, dass es zu Nachteilen für den Bürger kommt. Das ermöglicht die Arbeit, um die Europäische Union zu verlassen. Unsere Leben geht um Daten. Daten ist unser Geld. Drogen geht um die Bevölkerung und die Menschen. Das ist eine grundsätzlich gefährliche Sache für die Demokratie. Es ist unsere Verantwortung, diese Rechte in den Platz zu bekommen. Jetzt fängt der richtig harte politische Kampf an. Da habe ich dann gehört, wie die Wölfe die Zähne fletschen, um mich danach zu zerreißen. Wie soll Selbstbestimmung im digitalisierten Zeitalter überhaupt noch funktionieren? Wer möchte, die Direktion zu stoppen? Ich glaube, dass wir die üblichen Zähne kennen. Der Boxencrew in Daytona. So was geht nicht in Sekunden. Du hattest nicht nur Sekunden, du hattest drei Wochen. Das Universum wurde in einem Drittel der Zeit erschaffen. Du kannst uns ja mal verraten, wie du das hingekriegt hast.